Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Runde TDT hier im Slaughterhouse mit Baloui, Dalu, Kapuze, Items, Juli, Maru, Payne und Nils. Hallo. Einer der coolsten Maps, die ich gespielt habe, als ich vor euch in der Gruppe dabei war, ein Laufband. Ja. Wie passend, dass das auch bei deiner letzten Map sein wird. Juli. Juli ist brutal. Mann. Was? Alles deswegen haben wir dich hergebracht. Ja, nicht mehr. Komm mal nach oben. Jeder Anfang ist auch ein Ende. Das ist ne Käsereibe, oder? Das ist ne Käsereibe. Ihr seid ne Käsereibe. Kann man da runterrutschen? Jetzt mal. Kann man da runterrutschen? Ja, Payne, gib Gas. Schneller, Payne, bist du langsam? Du bist einfach zu langsam. Ja, ihr habt geschwimmt. Kann ich nicht sagen. Oh shit. Und ihr springt. Oh oh. Rein mit ihm. Rein mit ihm. Rein mit ihm. Kapuze oder Dalu? Einer von euch ist es. Weil es einer von euch ist. Wart mal. Juli. Wenn ihr euch nicht gegen Dalu schießt, dann schießen wir jetzt beide. Dalu, blödlich. Dalu, ist es Dalu, ist es Dalu, ist es Dalu. Ja. Nein, ich find's nicht. Ich bin nicht. Und du wolltest mir ne Chance? Ich will die Person identifizieren, dass das Feuer weg ist. Schöne Ausrede. Auf dich wird übrigens so geschossen. Ja, von da oben. Und Payne ist scheiße bauen. Ja, aber oben bei dir ist Dalu. Was passiert da? Die werden von Dalu. Die werden von Dalu. Die werden von Dalu. Hör einfach bitte auf zu Schauspielern, ja? Die ist ausgelöst. Daran ist Juli gestorben. Ja, ich weiß. Daran ist Juli gestorben. Aha, der kannst du mal testen. Nein, ist... Ja, aber grad mal, was die da festgehangen hat und ihr schon die meisten Damage abgezogen hat. Hab ich ja nicht gesehen. Ja, der lag auch nicht in sie. Dalu ist am... Das war auch klar. Kapuze müsste es auch sein. Nein, Kapuze hat schon auf Dalu geschossen. Kapuze müsste tot sein. Ist das so Kapuze? Ist das so Kapuze? Wo ist es tot? Wo ist da du denn hin? Was ist das so riesige Mä? Dann ist es tot. Also wer ist es denn noch? Weiß man schon irgendwas. Also hier liegt noch jemand, ne? Ups, das geht ja in die andere Richtung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ach, ich bin draußen. Leider keine Ahnung wer von euch für... Was passiert, wenn du oben ankommst? Maru ist bestimmt, oder? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Maru ist. Okay, ich werfe den gerade nach. Okay, dann ist... Also Maru hat... Obwohl Dalu da oben war... So... War Luis aber auch da oben. Ich denke auch, dass das Maru ist. Was hast du da eigentlich? Weil ich bin's halt echt deswegen. So ein dritter leider. Äh, ich bin... Wie heißt die nochmal? Cloak? Ja, Cloak. Ja, ich hab's gesehen. Außerdem, wie heißt das? Das steht unten. Pain, ja. Oh, mach dich doch noch an Dalu mit der Knöppel hier. Das war bestimmt Pain. Also sowas macht nur Pain. Nein, das ist Kapuze, der mich jetzt aus der Zwischenkarte... Wer ist es denn denn? Die macht mich wahnsinnig. Von dem habe ich auch den Deadwinger bekommen. Pan ist hier oben. Ich bin's aber nicht. Ich hab nur für ihn geschossen. Ich hab nur für ihn geschossen. Ich hab nur für ihn geschossen. Identifizieren. Ich krieg jetzt beide von mir erstmal einen Schuss ab, ja? Komm, schieß doch nicht, du Dödel. Ich dachte, du wärst der böse, Mann. Du hast ja nur für dich abschließen. Immer noch. Immer noch ihr Dödel. Dödel, selber Dödel. Jetzt heil ich mich erst mal mit Juggernaut. Ja, ich hab Mau gekillt. Was hab ich gesehen? Das macht dich schon mal zum Inno vermutlich, ne? Ja, ich bin auch Dete. Also, ich bin kein Inno. Nils, was für Warte. Ich bin übrigens dagegen. Tani! Nein, Kunran. Also, ja, gut für uns, aber Kunran stand genau neben der Explosion. Kapuze, ich wollte dich wieder belehmen, aber ich hab einen Snipe mit dir nicht gekauft. Was warst du? Äh, Traitor. Du wolltest mich wieder belehmen? Ja, einfach so. Ich konnte auch ne Chance geben. Das find ich aber nicht. Aber, eines hat gesagt, nee. Nee, eines hat Spaß nicht mit dir. Achso, und ich hab, anscheinend hab ich einen besonderen Vorteil bei dem Venditter. Ich sterbe nicht, wenn ich einen abschliche. Ah, ja. Das ist natürlich... Ich hab mich dann aber selber gekillt. So hast du meine Leiche gefunden. Echt Premium-Account? Ah, das war... Da bist du deswegen... Ich bin in den Hexer gesprungen, ja. Die Statistik wird jetzt angepasst für die letzte... Sie wollen doch eigentlich nicht in deiner Flagsfabrik? Äh, ja. Also, wir löschen die eigentliche Statistik. Ja, schon war... Ich hatte schon einen abgestochen, da war für mich vorbei. Detective Kapuze, wir haben uns spüren hin wieder. Oh, ey. Ich hab eine Plattmache. Oh, ey. Nee. Nee! Ich hab mich nicht. Paluli. Wer ist Karaus? Wer ist Karaus? Okay, Paluli. Ich glaub, Items ist das. Du hast doch gesehen. Du hast doch gesehen. Das ist Chaos, hat er mir gesagt. Warte, Baluli. Ja! Hast du... Das war ja die... Ah! Baluli, schaffst du's... Ich hab bestimmt kein zweites Mal. Ach du, ich schieße jetzt die Fässer kaputt. Pain bist du dead, ne? Ach du, ich schieße jetzt die Fässer kaputt. Pain und done. Geil. Was? Wie breit ist das? Oh Gott. Oh! 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 Oh shit! Wer hat die Disco geworfen? Dado ist echt tot. Null. Das freut mich meine Schuld. He literally died. Kann ich hier irgendwas machen, die an der Anlage? Oh! Ich hab die Mülls. Er hat hier mal ein Geschenk getroppt. Nein! 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 Wer war das? Bei der Party, wo da auch dabei war, war ein Geschenk dabei. Jemand hat da ein Geschenk getroppt. Dort hat nichts gesagt. Geschenk. Komm, ich riskier's. Na, Baluli? Okay. ja nils was für klick ich bin zu fett um die durch das liebte dazwischen ich brauche ich will hinten rein wie ist der fall alles noch wer lebt denn alles noch warum er gesagt das war der falsche lauli bist du am leben julie lebst du noch okay blau ist schon mal tot ihr seid es doch alle ja du bist du am leben und da du könntest du am leben mit mir das ändert jetzt alles ist ja wer hat wir haben jester und jacquard es sind alles ich schaffe jetzt alle töten war nicht mal beide obwohl julie ist man von dem ist julie könnte irgendwie auf julie art gestorben sein jedoch ist das risiko einen traitor zu sehen sehr hoch items oh ich glaube items ist tot kappa habe ihn gerade gesehen das problem war dass der ori der chaos mit so viel leben abgezogen hat und dann war ich normal ja genau aber er war der blöde chaos es war items bestimmt ja eh klar ich war bullet ich war bullet ja warst du nicht ich war bullet doch schneller ich war lust du bist bei louis denn da gibt so n applaus ich bin bei louis der postet das in die kommentare immer jedes mal aber jetzt bin ich bullet los journalists wir sind ja wir hätten wir nicht bullet you champions patter es war voll gut wie alt bist du 50 50 kaputt zu seine schuld finden ich bin jetzt schon wieder erschießen das war diesmal nicht die stelle ich dahin es ist eine badewanne reiche ich auch sind super viel Julia hat einen erschossen. Er ist hier drin, er ist hier drin. Ja, da kommt man drauf, nice. Balou ist nicht drauf gekommen. Balou, darf ich die Person erschießen, die sich hier versteckt in dem Raum? Wo? Nämlich Kapuze, mit dem Messer. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Da kommt ein Maru. Maru hat mich verletzt. Ich bin runtergefallen, weil ich... Nein, wir haben dich beschuldigt. Was haben die dich beschuldigt? Was ist das? Hättest du natürlich umbringen können, Nils. Halt Kapuze. Hallo. Ich bin fein. Alter, jetzt mach mal was. Was soll ich denn machen? Ja, den Traitor tönen. Ja, aber wer ist denn der Traitor? Ja, der gerade hier vorbeigelaufen ist, der mit dir geredet hat. Der Kapuze? Ja. Aber der hat so lief geguckt. Oh Gott. Der hat so lief geguckt. Wir müssen ihn jetzt langsam exekutieren. Der kriegt jetzt einen dicken Header. Au. Scheiße. Kapuze. So ein Kapuze, Kunro und Maru Items. Ich hab Judy gefunden. Ich habe... Überhaupt nicht. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Komm ich auf. Oh. Ich bin ungeschockt. Ich bin nicht aufs Band. Und... Ne, wir müssen ja welche... Ich schaff das Sekunde. Karte. Ah! Es leben nur noch. Die Katze. Die Katze. Ne, die Weile nur noch Traitor leben. Ich will mich verzählen. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Katze. 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 einmal darf ich die leiche von katze haben da kommt wieder moment kannst du ihn mal okay das ist mal so unfähig lustig kapuze krieg keinen schaden ich stelle auf die gleiche reich ich wollte dich sogar beschützen bei louis aber dann kam julie aus der tür und hat mich abgerissen als ob du nicht verstehst was eine botel auf dem urteil ist eine bitte ich wollte ja irgendwie ein liebster buddy hier die schildgang gekauft ich habe kapuze kapuze ich hänge schon wieder machen ich habe mich heilen von mir ich bin neben Warum was passiert das? Warte, was ist ja weh. Welche Klasse bist du? Welche Klasse bist du, Manu? Der Meber. Nee, du hattest grad was in der Hand. Du hattest grad ein Messer in der Hand. Wenn du Blink gesagt hättest, hättest, hättest ich gesagt, okay. Ich hab kein Messer in der Hand. Ich hab die Kapuze angeschaut, dass der angeschossen wurde von hinten. Einfach im Nebel stehen. Du hättest nur im Nebel. Oh, der ist jetzt weg. Du musst es sagen. Ich hab gesagt, ich bin Nebula. Ja, das sagt mir doch nix. Und ich bin zu dir gelaufen. Auf einmal war der Rauch an. Alle wussten, was passiert. Mein Kristall wurde zerstört. Der ist unten gewesen. Oh, wer ist unten? Nee, also eigentlich... Was? Ich war nicht unten. Wer ist unten? Kapuze, ich kann gleich wieder Nebel. Nebel ist nicht weg. Aber du bist zu weit weg. Ja, mein Kristall wurde gerade zerstört. Wo bist du, Bub? Kannst du kurz was für mich halten? Ja, da bin ich auch. Das hatten wir schon mal. Hier wird gesmoked, aber everyday. Ich verstehe das. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann den Schuss schon die ganze Zeit machen. Da wurde gemurks. Wer war das? Wo denn? Hier war ein Messerstich. Du siehst, ich stehe hier. Ich bin nicht alleine. Warum kriegst du da Panik? Ja, weil der neben mir eingetroffen einschlagen ist. Ich vermute mal, dass von Rater gekillt wurde. Oh, das sind Items, saugen, sniper und T- Hoof. Geh weg. Ich geh weg. Ich glaub nicht, dass ich bin. Ich bin eher Jakal oder Läger. Gibt's da? Das ist illegal. Da drehen die erste drinnen. Da geht die Tür auf. Unten? Pain, Pain, Pain! Oder unten liegen ein Haufen Leichen. Balu-e! Ich steh' noch. Du hast'n mich grad von hinten angeschossen. Ich hab'n dir nachgeschossen. Ja! Ihr habt'n auch hinterher geschossen. Hab'n doch nochmal gemacht. Walou-i, hilf' mir, oder du bist es auch. Der da unten ist- Nein! Warum sollen wir in sein Gefild' da unten gehen? Walou-i, schieß' auf dich. D, 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 D... abgeholfen das war sehr nett von dir danke auch zu bringen jester überhaupt nicht man muss davor nach woher nicht gekillt ja klar das war auch mit beiden sowie zu schießen mache ich das war eine normale piste das sind sachen die böse sind das aber nicht jetzt rein und beleben sekunde auszeit lauli wiederbeleben ist wichtig das ist gut da bin ich dabei ich habe mein spiel jetzt jetzt geht's wieder viele christmas beschützt mich items ich hab nicht viel happy lauli sein sommerino das netz lauli raus dankeschön du kannst alles wiederbeleben aber warum willst du blauli war im ernst ich fühle mich verletzt weil ich dachte dass lauli so eine psychologische waffe ist gegen dich ja der psychologe what the fuck ich schieße ihn umso gerne an er lenkt dich aber ab dass die andere sachen wiederbeleben kann ja gut das ist ja gut da kannst du jetzt natürlich recht haben na warte mal da muss ich kurz taktischer zugriff kollege taktischer muckriff ich bin ich so ich habe vier credits nicht zu kaufen groß und geiler bist du bin so fein ich bin sogar extra aus meiner ecke gekrochen wo bist du bist du eigentlich ach stimmt du bist pein wo bist du denn jetzt mach die sniper bei dir mit mir oder was ich habe nur leute wiederbelebt aua hinter mich was soll das denn ich hab auch gewonnen ich hab auch gewonnen dritt schießen sie da auf einen ey ekelhaft heim was war denn das hab ich dich getrillt nahkampftaube achso ja ja sorry echt schlecht das ist so menschlich das letzte was man machen kann eigentlich hätte ich habe ich gerne mal in der galette getötet ja maloui dich werde ich auch nicht liquidieren kaputt freund ey du nie ich dachte wir wären best friends was soll denn das jetzt hier auch machen kaputt ich hab dich gar nicht getötet bisher ne ich bin für eine runde daumen nicht so wie du mich ui maloui hinter die lege exklusive fässer was ehrlich wie hab ich das überlebt ach chaos wie der chaos wie hab ich das überlebt und wie hat man denn überhaupt chaos oder rei da gibt es Leute zu töten die gleich versuchen zu springen natürlich ha da 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 oh kaputt ist es geschafft weil ich in keiner nicht nur wie bin ja welche klasse bist du ähm bist du was cooles ähm ne nicht wirklich hast du die map schon öfter mit uns gespielt kaputt ist runtergefallen ja ja du kannst ja also du kriegst ja auf den walzen keinen schaden den schaden bekommst du ja wenn du zwischen die walzen kommst ja traust dich rüber zu rennen mut machst du es vor wenn er es schafft mach ich es nach oh es geht also es geht wirklich also es geht ja das stimmt das ist jetzt kein scherz hm dann bist wahrscheinlich resistent so jetzt ist die Frage zwischen den Rollen wirst du auch alles besitzt ich glaube egal welche Rolle hier das ist ein prop kill in welcher ich bin ich 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 du das geht also das dauert das ding dreht sich nicht so schnell wie du denkst echt boah ich probier's mal ja los ja oh 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 ja okay oh er hat zur Hälfte geschafft guter base man kriegt auch den schaden nein kriegst du nicht du bist dazu ich bin da schon rüber gelaufen du bist falsch gelaufen richtig ich mach das gleich ich lauf wirklich einfach rüber ich habe dich nicht da rüber geguckt ich habe gar nicht so oder shot die gärts ja oben auch so ein bisschen geiler items we ist es da oben eigentlich ganz geil oh hey hippaz ich habe doch gar nichts gesehen bei louis oh die shit Hätte mitgespielt. Es war Items. Das ist aber ne Lüge. Hätte mitgespielt bei Louis. Also, das ist ne Lüge. Oh, hi. Oh, er hat recht. Er kriegt mein Schaden drauf. Yay! Wir sind's gemacht bei Louis. Okay, wir sind da wirklich schon mal runtergelaufen. Warum soll ich die Leiter raufgehen? Warum soll ich die Leiter raufgehen? Warum soll ich die Leiter raufgehen? Tja, wir gehen halt auch mal auf. Ich hab nicht gesagt, ihr die Leiter rauf. Ja, aber ich... Was ist das für ne ihr Fehlleitung? Damit du dagegen springen kannst. Einfach von, wenn du da mit Speed runter rennst. Damit du keinen Fallschaden bekommst. So wie ich das jetzt vormag, schau mal her. Warte, ja, ich gucke. Ja, genau so. Wenn der Regen fällt... Ja, genau. Hat den grad jemand angeschafft? Ich wollte ein Disco in der Luft. Nein... So, traut sich noch einer? Ja, ich trau mich. Das geht nicht aus. Das ist eh... Antis falsch. Aua, aua, aua. Hey, irgendeiner im Frost, die schießt bei Louis ab. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich trau mich. Oh, ich geh wieder zurück. Ich geh wieder zurück. Oh, Spider-Man-Chaos ist fies. Ah, roll das Fass rein! Roll das Fass rein! Roll das Fass rein! Verstehe sie nicht. Ich will wissen, ob ich damit volle drüber komme. Oh, oh. Ich will wissen, ob ich damit volle drüber komme. Ja, komm, gib Gas, gib Gas! Was macht der denn? Ja, er ist mit volle über die Dinger drüber gelaufen. Ah, hast du das überlegt? Also er ist fast, ne, er ist fast, also er ist fast bis zum anderen Ende gekommen, aber... Aber auch nur fast. Ja, müssen wir jetzt nochmal rauf. Hast du deine Fähigkeit benutzt, also hier X oder welche... Ne, du kriegst Damage, also die, die Schaden... Geht schon, du bist dran! Ah, ok, wenn du... Du bist dran, hallo! Jochen! 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 Oh! Oh! Ein Großmeister! Wer jetzt? Ich fühl mich so gut! Der Nächste! Jetzt Nils! Nils! Nicht du, Kuna, das zählt nicht! Der Nächste, Nils! Der blinkt da einfach hin! Alter, alle werden sterben hier! Ja, die schaunt alle! Nils, du wirst jetzt! Nils, Nils, Nils! Taube! 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 Irgendwie glaub ich, das verliert sich auch ab! Ja, mal wieder! Ja, ich glaub, ich glaub auch! Hey, oh! Pain is it! 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 Es ist Nils! Nils! Nils und Julie! Ich glaub's Nils! Nils war's auf jeden Fall! Auch, ich glaub nicht, wird immer noch geschossen! Kundran wahrscheinlich! Nils war's nicht! Halloween! Das ist der! Mabu grad wird abgestochen? Ist der Sidekick? Dete Vendetta! Oh, wow! Er lebt oder? Achso, er töntet sich gerade! Pass auf! Willst du, willst du, wenn es das geiles ist? Jetzt pass auf! Oh! 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 Ich wollte dir in der Luft die Geschwister geben! Wie hat der das gekillt dann? Sniper! Oh! Sniper! Leute, wenn euch jetzt schöne Rente gefallen hat, like, lasst mal gerne vorbeischauen! Bis zum nächsten Mal! Tschau! 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 Tschau!